hallo meine lieben hier ist eure mrs crazy diamond ja meine lieben ich habe hier ein kleines paket gekriegt ich mache es für euch mal auf und ihr seht nix ihr seht nix wir gucken da jetzt gleich rein und dann zeige ich euch was drin ist das ist ja mal ja wir schauen mal wenn man nimmt das mal so raus ja also ich weiß auch von wem es kommt lieber jodgaming vielen vielen dank lieber jens für 10 liter baufahn so kann mir mein baufahn auch nicht mehr ausgehen ja für transparente seitengländer bis 10 liter einmal da ihr seht es 10 liter baufahn vielen 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 dank hallo meine lieben hier ist eure mrs crazy diamond ja meine lieben ich habe gerade wieder post bekommen und zwar ihr seht es jemand war wieder an meiner wishliste das heißt wir gucken doch da mal rein was da so schönes drin ist etwas länger ich muss mal aufstehen und aua da hinten auch noch frei machen aufmachen und dann gucken wir gemeinsam rein so ich tue die schüre weg sonst habe ich mich nachher gepickert so wir gucken da jetzt mal so rein und zwar das ist ich muss mal eben den namen weg machen denn die namen tut man nicht zeigen ist datenschutz und so ne so ich zeige euch jetzt mal und zwar amazon von meiner wishliste ein gruß von 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 willy dankeschön willy dankeschön für dieses tolle paket wir gucken da jetzt mal rein denn ich weiß wirklich nicht was drin ist das ist ja cool ach das ist toll das ist cool ich packe es einmal aus damit ihr auch seht was da so gekommen ist und das eine muss ich aufpassen das eine muss ich aufpassen dass das nicht sehen wird das machen wir als erstes das dankeschön dafür und zwar hat meine tochter im august geburtstag und die willy die liebe willy hat ihr ein kleines geburtstags geschenk gemacht und das finde ich ganz lieb von dir dankeschön das ist toll wir tun das direkt mal in den paket rein wir haben nämlich jetzt ferien und ist zu hause so das ist schon mal super lieb von dir danke dankeschön da wird meine kleine sich definitiv freuen so und da ich ein kuchen selber mache und sie einen mini mickey maus kuchen möchte habe ich mir das hier auf die wishliste gesetzt und ihr seht es ist tust mal näher ran ihr seht es jetzt das ist für auf den kuchen drauf mini mini maus mit einer bank und luftballons ihr seht es das ist total cool das wird meiner kleinen auf jeden fall gefallen so seht ihr das nochmal besser das wird dir gefallen und mit der figur kann sie dann ja auch nachher spielen ähm schätze ich mal und äh da freue ich mich ja persönlich schon drauf ähm auf das gesicht von meiner kleinen wenn das alles schön dekoriert ist und fertig ist so dann habe ich von der lieben willy einmal das hier bekommen danke wheelchair lady für dieses tolle geschenk äh damit steht dem kuchen nichts mehr im wege das ist einmal die zuckerlasur die ich über den über den äh kuchen schmeißen werde im pink das finde ich cool das ist richtig toll ähm ich bin sprachlos wirklich leute ich bin sprachlos denn das hätte ich nicht erwartet ähm das hatte ich eigentlich auf meine wishliste gesetzt das und das um mir das nachher später selber zu holen ähm und ich finde das super süß von euch dass ihr das äh geholt habt dann brauche ich es schon nicht mehr machen und meine kleine wird sich definitiv freuen über dieses tolle geschenk auch über das hier das da wird die sich mega drüber freuen mega und ich sage wirklich danke 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 schön und äh ja das war so kleines äh unboxing von meiner amazon wishlist ich verlinke euch alles auch meine wishliste nochmal ähm meinen twitch kanal ähm ich verlinke euch alles unter dem video in der beschreibung ähm ja und ich sage danke 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 schön danke liebe wheelchair lady dass du das geholt hast und das andere was ja schon eingepackt ist weil das sollte meine maus ja nicht sehen ne und ich sage wirklich danke 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 ich bin begeistert ich freue mich riesig und wie danke sagen kann ich schon nicht mehr weil ich bin so geplättet ich bin sprachlos leute wirklich sprachlos ich sage aber danke danke schön erstens für die sachen und zweitens danke dass ihr zugeschaut habt und äh ja was bleibt mir zu sagen außer wir sehen uns im nächsten video wieder Tschüssi Li Tschüssi 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 Tschüssi